Draco trank erneut an dem heißen Kaffee und starrte wieder unruhig nach draußen Er wusste, dass er noch irgendwo da draußen war Irgendwo in dieser Stadt lebte diese elendige Ratte glücklich und zufrieden, ohne groß aufzufallen Draco würde ihn schon noch finden Eher würde er nicht ruhen Er horchte auf, als er eindeutig jemanden aus dem Arbeitszimmer seinen Namen rufen hörte Er stellte die Tasse ab und ging verblüfft mit großen Schritten in den entsprechenden Raum, von wo aus die Stimme herkam Sein Verstand hatte ihm kein Streich gespielt In dem kleinen Kamin, mitten in den gebildeten Flammen, erkannte er das runde Gesicht von Victoria Ruff Selbst jetzt konnte er den mürrischen Gesichtsausdruck der 50-Jährigen erkennen Sie saß am Empfangsschalter zur Strafverfolgungsabteilung Wahrscheinlich hatte sie heute Nachtdienst Mr. Malfoy, dass Sie schon wach sind, grenzt wohl an ein Wunder Mrs. Ruff, was verschafft mir die Ehre zu dieser späten Stunde? Oder soll ich früher sagen? Sparen Sie sich dieses Gewäsch! Ich soll Ihnen von Mr. Potter etwas ausrichten Er braucht Sie bei einem Einsatz Draco versuchte, das Gesagte zu realisieren Wie bitter? Mr. Potter benötigt Sie bei einem Einsatz Fragen Sie nicht so dumm! Ich hätte Sie ja gerne anders informiert, aber Sie tragen ja kein Alarmierungsgerät bei sich Potter benötigt mich bei einem Einsatz Sind Sie sicher, Mrs. Ruff? Sie rollte mit den Augen Natürlich bin ich sicher Ich arbeite schon länger im Ministerium als Sie Mr. Jean hat mir Bescheid gegeben Und er würde direkt von Mr. Potter zu mir befohlen Also bringen Sie sich langsam in Gang, Junge Hier ist die Adresse Sie streckte einen Zettel durch die Flammen Und Draco nahm ihn zögerlich Er erstarrte, als er die Adresse las Sind Sie... Sind Sie sicher mit der Adresse? In Dreiteufels Namen! Ja, verdammt, Mr. Malfoy! Hier geht es drunter und drüber Ich weiß nicht, was passiert ist Aber Sie sollten sich wirklich beeilen Na los! Fachte sie ihn an Und ihr Kopf verschwand mit einem In den Flammen Einige Sekunden starrte er auf die Adresse In seiner Hand Sein Herz schien sich zu überschlagen Er hatte einen Verdacht Und dieser Verdacht ließ ihn wünschen Dass er sich heute Dieses eine Mal Einfach nur irrte Er apparierte Zu der angegebenen Adresse Und wusste beim Anblick Der vielen Einsatzwägen sofort Dass er sich nicht geirrt hatte Es sah beinahe so aus Wie ein gewöhnlicher Muggel-Einsatz Mit Polizei, Krankenwagen Und allerlei anderen Dingen Eine Einführung von Potters Vorgängen Es war leichter Vor Muggel Einige Sachen zu vertuschen Als schändig Einer ganzen Nachbarschaft Die Erinnerungen zu löschen Oder zu verändern Es war auch wesentlich leichter Muggel zu befragen Wenn sie dachten Dass man von einer Muggelbehörde stammte Und nicht mit zeltsamen Umhängen Zu ihnen kam Unwissenheit war in diesem Fall Einfach besser Er kam an Xavier Jean vorbei Der vor der Absperrung stand Und ihn nur mit einem Nicken begrüßte Er sah auch einige schaulustiger Wie üblich Seine Beine fühlten sich wie Blei an Und sein Verstand schien sich Durch seinen Sirup zu bewegen Als er auf das hübsche Haus zuging Es lag außerhalb der Innenstadt In einem sehr ruhigen Viertel Eine hübsche Vorgegend Hier lebten vor allem Familien mit Kindern Er zögerte auf dem kleinen geplasteten Weg Bilder von vergangenen Tagen Zogen in seinem Kopf Und er zwang sich regelrecht dazu Weiterzugehen Wollte er sich verkriechen Wie ein kleines Kind Potter hatte ihn holen lassen Er brauchte ihn Das war die Gelegenheit Ihm zu beweisen Dass er wieder in den aktiven Dienst konnte Der helle und freundliche Eingang zum Haus Sah fast wie am Samstag aus Allerdings nur fast Ein Beistelltisch, der nahe der Treppe stand War umgeschmissen Die zuvor darauf trappierte Vase Lag in Scherben einige Meter weiter Ansonsten Tötete nichts darauf hin Dass hier etwas Schreckliches passiert war Doch Draco wusste Dass der Schein trügerisch war Er kannte Bilder Von vorherigen Tatschauplätzen Er wusste nur zu gut Wie die Vorgehensweise Dieses Kerls war Er sah andere Kollegen Und Mitarbeiter aus dem Ministerium Rosalie Crowell Aus dem Labor War schon dabei Spuren zu sichern Sie wich seinen Blick aus Und konzentrierte sich wieder Auf ihre Arbeit Er ließ seinen Blick Nur kurz ins Wohnzimmer gleiten Da schon eher verwüstet aussah Hier erkannte man sogar Mit einem kurzen Blick Dass etwas nicht stimmte Draco ging weiter Den schmalen Gang entlang Und erkannte die ersten Blutspuren Die ihren Weg in die Küche fortsetzte Vor der Potter stand Und sich mit einem der älteren Auroren unterhielt Potter Sagte er gedämpft Und Potter sah ihn an Er sah blass aus Sehr blass Er murmelte dem anderen Auroren etwas zu Bevor diese ging Ich dachte die Zentrale Erreichte ich nicht Naja Du hast nicht gesagt Dass ich wieder In den aktiven Dienst soll Geschweige denn Bereitschaft machen soll Warf Draco ein Und wollte in die Küche Doch er wurde nicht durchgelassen Potter schüttelte den Kopf Du sollst nicht an diesem Fall arbeiten Draco sah ihn verständnislos an Was? Aber Warum sollte ich denn herkommen? Ich meine Du holst mich hierher Du weißt Dass er wieder zugeschlagen hat Und ich soll nichts tun Ernsthaft? Malfoy Ich brauche dich jetzt Und zwar nicht völlig auf Rache aus In Ordnung? Er wollte widersprechen Als zwei Männer Eine geschlossene Trage Aus der Küche trugen Draco ballte die Fäuste Und hielt für einige Sekunden Die Luft an Er sah den Männern Mit der Leichentrage nach Und seine Stimme War leiser Ist das Sie? Potter schüttelte den Kopf Nein Nein Hermine Er ist im Sankt Mungo Draco verspürte Erleichterung Und gleichzeitig Verwirrung Aber Das passt nicht in sein Profil Er tötet immer zuerst die Frauen Nicht die Männer Die lässt er nur halbtot liegen Die Verletzungen machen dann den Rest Potter fuß sich müde über die Stirn Ich habe keine Ahnung Draco Nicht die geringste Was hier heute passiert ist Nur dass Hermine schwer verletzt ist Und vielleicht Er brach ab Bevor er sich wieder fasste Du wirst in Sankt Mungos gehen Und auf sie aufpassen Hörst du? Du wirst dich Keine zehn Meter Von ihr entfernen Der Täter Wurde von der Nachbarin gestört Die durch Geräusche Wach geworden ist Und nachsehen wollte Ob alles in Ordnung ist Du denkst Er könnte mit Granger Noch nicht fertig sein Fragte Draco stirnrunzelnd Und Potter zog gleich die Schultern Wir können es nicht ausschließen Außerdem Außerdem Kannst du sie vielleicht am ehesten verstehen Ich? Wieso ich? Keine Ahnung Vielleicht weil du als einziger Die Attacke von diesem Irren überlebt hast Und sie jetzt das gleiche Schicksal teilt Darum Draco wank sich mit der Hand ab Und wollte gehen Vergiss es Potter Ich werde nicht Seelendoktor spielen Wenn du mich brauchst Um den Kerl dingfest zu machen Dann kannst du mich holen lassen Weiter kam er nicht Weil Potter Ihm an Kragen packte Und Dracos Rücken Bekanntschaft Mit der verkleideten Wand machte Du Hörst mir jetzt gut zu Malfoy Du willst Wieder in den aktiven Dienst Dann beweise Dass du manns genug Auch für diese Arbeit bist Verdammt nochmal Und nicht nur der verrückte Rache Gedanke für dich Wichtig ist Draco befreite sich Lass mich los Hermine Hat sich die letzten Monate Seit dem Tod Deiner Verlobten Jeden vermaldeiten Tag Um dich gekümmert Zeig ein wenig Respekt Und Dankbarkeit Und Hilfe jetzt auch Sie weiß wahrscheinlich Noch gar nicht Das Mike tot ist Verdammt nochmal Vielleicht kommt sie gar nicht Durch und stirbt Ich vertraue Mich aus Natürlich Was auch sonst Er hatte sich ja schließlich Nicht selbst was umgebracht Oder Astoria ermordet Und dann geht es Und dann geht es Und dann geht es Vielen Dank.